Hol den Schuh, hol den anderen Schuh. Nein, 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 das ist Strumpfi. Schuhe mal aus. Hol den Schuh, hol den Schuh, hol den anderen Schuh. Wo ist der andere Schuh? Jetzt wird mal sehen. Das ist der Top Schuhbringer. Hey Leon. Schuhe mal, hol den Schuh, bring den Schuh. Schuhe mal, bring den Schuh. Jetzt war er irritiert, weil der Leon sich gestört fühlt. Schuhe mal, hol den Schuh. Bring mir den Schuh, bring mir den Schuh. Bring den Schuh, Schuhe mal. Bring mir den Schuh. Schuhe mal, bring den Schuh. Jawohl. Bring. Jawohl. Super. Gib mir den Schuh. Gib mir den Schuh. Aus. Jawohl. Super. Ihr seht, der Schuh mal, wenn er nicht ganz so hibbelig wäre, der ist also absolut klasse. Er kann auch meine Jacken bringen. Also das habe ich ihm auch schon beigebracht. Auch wenn er manchmal die Konzentration verliert und statt der Jacke ein Stück Wolle bringt oder so. Aber er kann das super, super gut. Und tschüss.